und dann später noch klasse a mache ich dann mal gucken ja leute was geht ab ich bin es wieder euer crazyxd wohlgemerkt heute mal wieder mit neues video rambo 6 wie versprochen ich das hatte mir für diese woche heute sind wir mit rambo 6 oder gleich noch bekannt erst mal ein bisschen rein spielen und dann kommen die erklärungen was abgeht schon mal so thema crew oder besser als thema klan hört auch so gleich fast an und wir scrollen jetzt erstmal eine runde rambo würde ich mal so behaupten apropos klan äh wie viel kostet es eigentlich den scheiß um zu um zu benennen meint jetzt namen den gate game tag game tag mal noch 10 euro außerdem noch nicht gemacht kostet er sich beim ersten mal gar nichts das ist ja gut dann wird er sich jetzt 10 euro kosten warum das geht ja noch ja ich weiß dass ich weiß das ist schlimm aber was willst du machen man kann ja nichts ändern dran wenn das ja so einfach wäre mit dem game tag einfach mal kopf dann wäre voll geil aber dann würde damit dann würde rockstar ja kein geld also nicht rockstar sorry obisoft ja kein geld machen ne microsoft macht es ja ja stimmt ne stimmt microsoft das ja ja tu mich da ab und zu mal so mal so weißt du da hat er keinen durchblick mehr da hast den und den spieler stellt er den dem spiel her dann ist er doch ach keine ahnung ja leute zum ersten thema die spieler die mitmachen wollen in unseren in unseren klaren müsse mindestens mindest alter 15 haben damit sie überhaupt bereit sind in unserer klaren beizutreten weil sonst macht das gar keinen sinn so haben wir das halt uns beschlossen anschließend folgt noch man sollte wenigstens spaß verstehen oder wenigstens und im team spielen das heißt alleine spielen gilt gar nicht sonst fliegt man sofort in den klaren raus solche leute wollen wir gar nichts haben sonst dass uns zum kotzen wenn derjenige immer nur für sich spielt statt eigenen team kameraden zu helfen das wollen wir halt vermeiden indem jeder sagt okay ich bin mit dem team und dann machen wir jetzt jeden kalt so gesehen also kein allein spielen das gibt gar nicht bei uns fetshot du bitch junge ich bin hier gerade schwer beschossen werde ich hier ja im nebenraum bin ich pass auf das am fenster mit schild oder sogar mit der sogar mit der um mann fack er vorsicht warum immer fack ich krieg den nicht weg da man der nervt übelst dricks oder ich habe da gerade an einer angeschossen ja den habe ich schon weg das gut das gut er hat den ab er hat den ab oh sorry ich schieb nein ich hätte doch ein eigenes teammitglied an ich glaube es sagt er ich gehe da jetzt nicht raus also gehen wir eh drauf die können hier gar nicht rein ne ne bis die hier reinkommen dauert ja ewigkeit man wow oder auch nicht uuuuuh ha 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 ist ja so geil man sollte wenigstens für unseren clan unsere crew wie ihr es wollt könnt ihr möchtet auf jeden fall gut sein also gut spielen können jawohl jawohl man letzter kill digger geil man das war so ein lucky ist also geile ja mal hab ich gesehen war einfach klack headshot ja das macht schon wieder voll bock zu zocken ja so macht das spaß weil es ja wirklich laune so hört man mich jetzt eigentlich auch oder hört man nur die das ist jetzt die frau das hört man na klar abonniert alle Bully HD kauft kein Merch ha 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 jo alles klar war läuft bei dir YouTube-Kanal ja, Merch nein das ist schon mal ein Anfang Digga, Anfang wo sind sie oben, unten? ich bin am suchen, ich weiß gerade wo die nicht sind, ich bin selbst irgendwo im Keller glaube ich äh aber Keller ist leer soweit ich hier sehen kann äh, ich weiß, die sind im gleichen Raum wie wir ist gut um willkommen im Clan zu sein muss man WhatsApp oder Facebook mindestens haben um sich zu verständigen gegenüber den ganzen anderen Rest des Clans wer das nicht besitzt so gesehen würde ich mal so tippen was meine Crewmitglieder auch sagen würden äh kommen gar nicht erst mit in den Clan wenn sie noch nicht mal wie gesagt Facebook oder WhatsApp besitzen weil mit irgendwas müssen wir uns ja verständigen können außer über Xbox so gesehen und das finde ich doch boah, ich werde schon geblendet ey ich glaube es hackt man die kleinen Minusstücke ey wie krankst du behalten, Junge Vorsicht da oben, ich ähm 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 Rook oh, ey, Leute, Digga, ich brauche Hilfe, ich schwitze boah, Alter, ich hab Glück mal, so ein gutes Team ihr bei mir habt lol okay hier ist keiner mehr da hätte ich schon mal so schön gut Geil, Mann! Es läuft so geil! Was? Nein! Schade. Jawoll. Nein, da zieht der mir den Killer einfach mal vor der Cam ab. Ey, ich glaube es nicht. Schade, schade. War ein schöner Kill. Ich hab der Froster einfach gegen den Kopf gehauen. Warum ist der Hauptzimmer zu? Alter, ist das neu? Ernsthaft? Ja, das haben wir ja gerade gespielt. Ach so, ah. Jetzt blick ich durch. Ich geh mit ihm in die Bibliothek. Sonst ist es langweinig. Wie rund sind das eigentlich noch 5? 3? Keine Ahnung. Weißt du überhaupt was? Ich bin 16 Jahre alt und ich bin ein Wimper. Ja, komm, mehr Wimper. Mach doch gleich schnell eine Lebensgeschichte, ey. Aber was gut ist, die haben irgendwie das behoben mit dem schnell, äh, mit dem schnell runterreißen und anschließen, äh, mit dem verbunkern, so. Weißt du, ich mein? Was? Hä? Nächstes Mal stehst du nur Bahnhof, ne? Wetten? Ja. Wird wie schnell runterreißen. Wenn die die Wände machen oder die Fenster neu verbunkern. Das geht diesmal so schnell. Ich glaub, er hat's immer noch nicht geschnallt. Ja, das voll schnell diesmal. Nee, ich treff die Drohne nicht. Äh, warum triffst du die Drohne nicht, Mann? Was ist denn blöd dafür? Äh, das merkt man. Oh oh. Ich glaub, irgendwo ist schon Krieg hier. Was? Was hab ich verpasst? Was hab ich verpasst? Da hab ich auf. In der Wand geschrottet. Und man sollte gegen den Clan-Chef so gesehen, also, der die Crew aufgemacht hat, ein 101 machen. Damit wir sehen, ob derjenige, auch wirklich was taucht für unseren Clan, sonst kann man ihn sonst. Töne klappen. Ja, da gammelt dir deine Ecke, Mann. Oooooooh. Ich glaub, es hat's hakt, Mann. Ach, der war der weiße Wolf auch noch. Guck dir mal an. In dem Moment kommt der Töte mich. Jetzt bin ich mal in der Kamera. Nö, ey. Geht ja mal gar nicht. Ach, guck mal an. Oh, Terminer sprengt die Wand. Achtung. Mensch, die jetzt richtig auszukotzen habe gerade. Ja, doch, müsste er gewesen sein. Da fängt eine Drohne rein. Der ist rechts, der an der Wand ist der. Ich sehe zwar nicht, aber ich kann mir vorstellen, wo der ist. Von dir. Genau, andersrum. Ich schmalte andersrum. Ja, tschuldigung, ich stehe doch. Andere Perspektive als du. Wenn ich rechts, dann musst du andersrum. Nicht rechts, sondern links dann. Okay. Weiß er, in der Kamera siehst du es anders. Von der Perspektive her. Das ist wieder ganz anders. Wenn habe ich letzte Runde gehabt. Wer hat Monteschevig gekillt? So ein hohen Sohn. Läuft. Jetzt muss ich ein Bieb doch reinfügen, Bitch. Klar. Läuft. Ich glaube, wir machen eine Schildrunde, so wie es aussieht. Aussieht. Aus Schild, ja. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Bestimmt Keller sind die, oder? Ne, Keller ist leer. Keller ist leer. Oh, doch hier. Ich habe welche gefunden. Die sind eben hier. Wie heißt das? In Weinkacke. Äh, so. Entweder bin ich jetzt blöd, oder mein... Ja, sie sind unten. Ne, bei mir hat es geklagt. Meine Drohne ist immer zurückgesetzt worden. Oh, oh. Nein. Oh, die schießt noch meine Drohne, Mann. Diese Spaß. Nein. Mann, diese kleinen, mies geworden. Ich habe mich verfahren. Fuck off. Oh. Wo sind wir denn jetzt hier? Oh Mann, Alter. Kann nicht sein. Nee. Ja, und wie gesagt, äh, ansonsten, wenn Fragen offen sind zu unserem Clan, den wir soweit erstellt haben, auch na... Der ist wirklich neu, so gesehen, muss ich wirklich sagen, dazu noch. Äh, ansonsten, viel Spaß weiterhin in unserem Clan. Wenn ihr so nett wird, bitte empfiehlt unserem Clan weiter, wenn er euch wirklich gefällt, so wie wir ihn aufgebaut haben. Und, äh, wow. Was geht denn hier ab? Äh, zu weiterfragen. Einfach anschreiben. Mein Game-Tech habt ihr hoffentlich schon mehrmals gelesen. Würde ich mal behaupten. Wer... Äh... Nee. Junge, der fust da nicht rein. Ja, der wollte fusten. Nee, jetzt macht der Wandsprengung. Ey, jetzt ging's im Hals, wenn jemand voll geil fusten. Irgendwas hab ich getroffen, ich weiß nur nicht was. Da rein, Mann, seid ihr bekloppt? Wollt ihr alle draufgehen, oder was? Ja, kann ich nicht laufen. Oh, irgendwie ist ne Pumpkan, ja. Oh, tschüss. Küt. Machu, jubilet. Küt. Unten am Boden, unten am Boden. Ja, Mann, Hedgehot, Mann. Schau, einen verletzt, ja, Mann. Jawohl, Treffer, geil, Mann. Geil, Mann. Ach, was will ich mit der Bombe? Mann, wir sind noch voll im, äh, im... Vor allem im, äh, Karsten sind wir ja auch noch, ey. Geil, schön. Ja, in so'n Bunkerraum. Du bist im Karsten, ey. Na klar, wirst du doch. Ja, 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 Mann, ey. Wuuu, ich hab' den genommen. Ich hab' den genommen, du Lusche. So. Drei gegen einen. Hm. Ich behaupte mal, es passiert gleich was, aber ich weiß auch nicht was. An hinten können sie nicht kommen. Okay, eigentlich doch. Ja, ja, Mann, Checkport, Mann. Komm, den letzten Kilo ist mir noch. Es sind noch zwei da. Okay, zwei. Ich hätte jetzt gelacht, wenn die Geißler ballagere. Oh, Mann, das ist so'n Herzinfarkt, ist das hier, ich spür's dir, Mann. Ja, ich wusste es, ey. Ich hab's geahnt, von irgendwo kommt da jemand und... von hinten. Ja, ich wusste es, ey, Mann, schade, schade, wär' ein schöner Sieg gewesen, muss ich wohl sagen. Ich will da mal nachfragen, ob wir nicht ne große Kiste sowas wie n Sarg haben. Also, äh, weißt du, Wolf, hast du das Lied gefunden heute, weil ich es geschickt hatte? Ja, das ist so geil. Ja. Ich weiß, wer auf die Idee kam, aber der... ... hat es gemacht, ey. Ob das jetzt wirklich von dem Sänger wirklich selber ist, aber... ... weiß ich nicht, aber ist schon lustig. Ja, kann man sich streiten. Ja, da wollte ich grad sagen. Wie der Lukas, äh, wieder so rüberkam. Ich sag, da ist doch voll cool das Lied, ey. Ja, das stimmt wohl, ey. Natürlich, jeder hat seinen Geschmack, ey, mein Gott, da ist ja nicht das Schlimme, weißt du? Kamera werfen muss gelernt sein. Warte, 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 warte. Was denn? War toll zu machen. Ach so. Ach, wollte ich ein bisschen rumcruisen? Nee, für mich ne Kamera da raus. Ne Valkyrie-Kamera. Ach, ja. Du kannst dich noch mit zumachen. Ja, warte, ich bin da schon bei. Geh weg, da. Geh weg. Komm, husch. Fuchiyama, hallo. Wo bist du? Ah. Ah. Du warte mal machen. Ah. Du. Ist das ein Idiot, ey. Der Wurf war sch... Ey. Ihr seid doch alle gestört, ey. Warte, ihr wollt ja nicht draufgehen, oder? Jetzt bunkert der mich ja auch noch zu. Ey. Hallo. Guten Morgen. Stimmt doch gar nicht, da ist noch offen. Ja, ja. Ey. Leute, wir haben zu viele offene Türen, das scheiße ist das. Nein, Flo, du rennst nicht raus. Ich renn nicht raus, keine Sorge. Ich weiß nur, hier ist einer am Flur gleich. Ihr knallt gleich die Tür wahrscheinlich. Ich bin's nicht gewesen und es ist... OOOH! Äh, Digga, ich bin unten, wenn mich einer sucht. Ich bin unten! OOOH! 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 Hast du erst nachgeschauen müssen, ob's ein Feind ist oder was? Natürlich! Boah! Scheiße, ey, ich bin immer der Letzte komischerweise und ich... OOOH! Kacke, schade. OOOH! 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 Ja, okay, gut, den hab ich jetzt auch nicht. Komm, sehen von wo der war, weil... Wann, äh, war, ist schon ne spannende Runde. OOOH! 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 Was singst du denn da vor dir? Eine Leiche, wo sieh du? Ah, das kenn ich. Das ist echt gut, das Lied. Muss ich sagen. Also kann ich nur zustimmen. Scheiße, in meinem Keller liegt ne Leiche. Ich weiß nicht wohin. So in der Richtung, ne, richtig? Man merkt, du singst vor dir hin. Entschuldigung. Ne, ist schon okay. Ich, 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 ich tu nur dran erinnern. Mann. Ich bin im scheiße Keller. Also, ne, doch, die sind oben. Nein, die sind in der Küche, sind die. Ja, ich bin im Keller. Keller, man, alle gammeln in der Küche schon rum. OOOH! Jetzt hat der mir die Kamera zerstört. Lass mich doch einmal mit der Kamera spielen. Wo ist das Problem? Geisel gerichtet. Egal, komm, lass knacken, Mann. Die wollen sterben. Ich hab gehört, die haben keine Freunde, also hau mal voll rein. Aber wirklich volle Kanne, Mann. Wo ist denn die eigentlich die Küche? Wie kommt man immer zur Küche rein? Ich weiß gar nicht, wie man da reinkommt. Na, haben die alles voll zugemauert, ey. Ich geh, du, auf die andere Seite, tu kein Stab. Ah, die haben uns schon voll umzingelt, ey. Was? Was? Ja, ne, ist klar. Verarschen kann ich mich selber, ey. Boah! Was? Der hat mich da voll wegge... Ey, kann nicht sein, ne? Ich glaub, wir haben die Runde voll verkackt, Mann. Alter, als ob die Valkyrie mich so wegknarzt. Alter, ich hab so kaum Bock, Mann. Ey, soll ich dir was sagen? Die haben uns voll, äh, voll gedisst, haben die uns die Runde. Ah, wieso frisst der? Oh mein Gott. Selbstmord oder was? Alter, der kann doch einmal früsen. Der geht einfach rein und stirbt jetzt, wetten. Ah, noch nicht ganz. Warum, warum will der campen? Achso, okay. Ey, da ist... Da unten ist Pools. Alter, ernsthaft, dass unser Team... Also dieses Team, womit wir demokratische alle spielen, dass die voll verkackt haben. Ja, hau ihn da weg, hau ihn! Wieso schieß ich einfach durch die Tür? Hallo, der läuft weg, bring ihn! Hm, das war jetzt dumm. Und tschüss. Äh, diesmal noch nicht. Uh, jetzt Nachlandesfehler, Mann. Hahaha, was wird das denn? Man kann hier auf jeden Fall zugucken, Mann. So 1 zu 1 gegen, komm. Hau ihn weg, Mann. Hey, die laufen gleich um die rum. Was ist das für ein Team, Mann. Also mit dem wir hier irgendwie bei spielen, gerade. Also bei gejoint sind, ey. Nein, der ist nicht von hinten. Guck durch die Tür, dann bist du auch tot. Dann weißt du Bescheid, von wo die kommen. Oh! 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 Das war wohl nix, ey. Oh! Oh! Mein Magen, ey. Warte, wir haben verloren. Ja, krass, Mann. Hätte ich nicht gedacht die ganze Zeit. Ich wollte kurz sagen. Ja, krass. Ja, Leute. Das war's schon wieder von mir. Und mein Kollege, der mit in der Party ist. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen hier. Und... Ja, Mann. Bis beim nächsten Mal wieder, ne, würde ich sagen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao!